Es ist schon ein Kunde. Sonst wundert sie sich und sorgen sich um mich. Nur eine Sekunde, ich schreibe ihnen, dass ich irgendwo hinfahre, dass ich sie vermissen werde. Sie wissen das. Wo sind sie? Sind deine Kids in der Schule? Sommerferien? Was? Deine Kids. Ich möchte meine Lieblingsfrau immer wiederholen. Moment, ich weiß gar nichts von dem, was ich tue. Ich habe mir niemals davon erzählt, was ich wirklich tue. Kein Wort. Sie können Wunder in Ruhe lassen.